Live aus der Halle 45 in Mainz, H45 TV, das Kulturwohnzimmer. guitar solo guitar solo Have you ever been mistreated? guitar solo Then you know I'm a-tongue-in-the-back guitar solo Have you ever been mistreated? Then you know I'm a-tongue-in-the-back guitar solo Don't think you need me guitar solo I work out among this woman But she has the nerve to put me out Every day Every day I've got no clue Every day I've got no clue Yeah, you ask me why I'm worried You know it's you I hate to lose Oh, step-step-step-step-step guitar solo I hate to lose I hate to lose I hate to lose Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 If all I had was all my love, would you be okay? Would you know how to love me if I wasn't the man I am now? Lady Mary, could you ever make you love me? That you'd never choose another man above me. If I was a simple man, a trick for looking, you'd just walk right by me. Think that you could ever see the man inside me. Could you love a simple man? If you were a girl. Just a normal girl. If you were so damn beautiful, would you still hurt? Well, I know it would. Cause what we have is too good to end. Though I know you pretend that you feel the same and you claim you'll never find love again. And I know that ain't a miracle to ever make you love me. That you'd never choose another man above me. If I was a simple man. A trick for looking, you'd just walk right by me. Think that you could ever see the man inside me. If I could have put a ring on your finger. Put a real bulb on your head. If I could only give you love and emotion. If I could only give you love and emotion. If I could still do something else I'd say. I need a miracle to ever make you love me. That you'd never choose another man above me. If I was a simple man. Oh yeah. Take a look at you just walk right by me. Think that you could ever see the man inside me. Can you love a simple man? Can you love a simple man? Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Geht's euch gut? Ja, super. Und euch zu Hause an den Endgeräten geht's euch auch gut? Wer ist denn alles da? Florian Nieber, Bill Wafflow, May Moist is auch da, hier. Bill Wafflow ist da, hier. Andreas Krause ist da. Heinz Harald. Hallo, Heinz Harald. Wer ist da? Wir haben einen Zuschauer auf Twitch und fünf auf YouTube. Danke dafür. Danke, Merkel. So, das nächste Stück ist The Rock'n'Roll Tune und ist vom aktuellen Album. Ich komme ja so aus dem Punkrock und Grunge und genau so ähnlich klingt dieses Stück. Hoffe ich jedenfalls, so sollte es klingen. Es kann auch sein, dass es ein bisschen nach Kasselroder Spatzen klingt. Das ist auch so ein Einfluss, den ich einfach nicht, der nicht an mir vorbeigegangen ist in den letzten Jahren. Das Stück heißt Milk und es handelt von Milch. Das ist auch ein bisschen nach Kasselroder Spatzen klingt. Das ist auch ein bisschen nach Kasselroder Spatzen klingt. Das ist auch ein bisschen nach Kasselroder Spatzen klingt. Das ist auch ein bisschen nach Kasselroder Spatzen klingt. Das ist auch ein bisschen nach Kasselroder Spatzen klingt. To things you might have known I would have loved to Get them for my own I'm getting through this And I need something to find Something cruel to make me feel I am alive Feel, feel in your milk of liberty Feel, feel in your soul of sympathy Feel, feel in your milk of liberty Feel, feel in your milk of liberty Feel, feel in your milk of liberty Feel, feel in your soul of sympathy Dankeschön. 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 So, ich muss zwischendurch den Chat lesen, wie so ein beknackter Moderator. Geht's euch immer noch gut? Dankeschön. Wir schauen mal wie lange noch. Hinter diesem Vorhang ist die Herzblatt. Meine Damen und Herren. Was wird hier geschrieben? Andy. Hier. Ich glaube, der Steve wird jedes Mal besser. Hier ist der Stefan gemeint, glaubt ich. Der wird besser immer. Greetings from the USA, okay? Der übt ja auch nicht. Born in the USA! Hoffentlich gibt es heute auch den Little Wing. Der Engel, der vorne zu kleine Flügel hat. Hallo, ihr seid echt scheiße, könnt ihr bitte von der Bühne runtergehen. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Sowas wie ihr findet man an jeder Straßenecke. Andy the Showman, Rudi Carell, yes. Rudi Carell, was ist hier? Und jetzt aus der Zauberkugel. The Mini-Playback Show hier. Was ist hier lausig noch? Ich würde so gerne mal wieder Fuck abhören. Mäuselein, das spielen wir doch für dich. Fuck up, man. Michael, geht's dir gut da hinten? Geht's euch allen hier gut? Ich bin ja immer so... Also ich tue immer so, als wäre ich total empathisch. Andi, hast du eigentlich die Heizdecken mitgebracht? Die Heizdecken habe ich mitgebracht, die Heizdecken. Wir haben hier später noch so eine kleine, ich würde sagen, eine Verkaufsveranstaltung. Dadurch, dass sie hierher gekommen sind, müssen sie das mitmachen. Das ist wie wenn man so eine Reise kriegt. Und dann muss man halt auch das Verkaufsgespräch in Kauf nehmen, so ungefähr. Auf Twitch sind immer noch zwei Leute. Wahnsinn. So eine riesen Volk kann ich sagen. Was ein Scherzkeks. Ich bin auch kein Scherzkeks. Also bitte. Ich bitte, der Aspe. Asperin. Ach, ich habe vorhin gesehen, übrigens, Michael, das würde dich vielleicht interessieren und auch unseren Tourleiter, der gerade auf dem Klo sitzt. Der Jeremy ist auch im Chat. Genau. Was? 1860 Dortmund, gell? Also, das nächste Stück ist vom aktuellen Album auch. Wir reden hier vom aktuellen Album von Rudi Carell. Waren wir es mal wieder richtig? Ein Stück aus der Fuck-Up. Das ist ein Stück aus der Fuck-Up. Das ist ein Stück aus der Fuck-Up. Dann bin ich für heute nicht. Ich bin ein Stück aus der Fuck-Up. Ich bin ein Stück aus dem Klo ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ach genau, auch ein Stück vom aktuellen Album von Rudi Carell. Das Stück heißt Slow Goose. Kostes Nikke Lars, schreibt Hilarsche. Ja, ich koste Nikke Lars. Der Mayos ist dabei, der sagt jetzt. Der Mayos. Ja, wir spielen Karten, okay. Also der Teilnehmer, der sich hier The Mayos nennt, mit dem haben wir früher Musik gemacht und wir haben gespielt auf so einem Schwimmbadfest oder so. Waren alle so 18, 19. Und dann kam so einer und meinte, so kann man sich bei Ihnen was wünschen? Da habe ich gesagt, ja kommt drauf an, was. Dann meinte er so, ja spielt Karten. Das war sehr nett. War gar nicht so lustig, wie ich erwartet habe, aber das ist meistens so. Thanks for reminding me. Weiß jeder, was das für ein Song ist? Ja. Ich auch nicht, nämlich. Aber wir lassen uns überraschen. Ja. Wie! Das ist nicht. Wie! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aspen, willst du mal den Chat irgendwie ein bisschen vorlesen? Nee, ne? Muss das sein. Da steht er, der Aspen hat doch einen Doktortitel. Ich kann ohne Brille echt nicht lesen. Das ist der Wahnsinn. Mit auch nicht. Zu schön, liebe Grüße aus Nordheim. Der Blues vorhin war geil, alles andere geht so. Liebe Grüße an meinen Gitarrenhero, Steffi Kahne. Ich dachte, du heißt Steen Cain. Ja, das lässt er halt nicht. Das ist Steen Cain on the guitar. Das ist Outback oder so. Keine Ahnung. Karl Otto, ein Loch ist im Eimer. Ja, so sieht das aus. Ich muss kurz mal hier. Corona. Ist das, was ich da habe? Der Rudi Carell ist immer noch da. In der Tat. Stefan, du hast ja, du hast ein komisches Mikrofon. Kann man da draus trinken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird Zeit, dass ich in Rente gehe. Ich werde echt senil. Also auf der Liste steht jetzt, nein, da steht bei mir was ganz anderes. Also darauf könnte man sich einigen. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Gut. Was ist heute für ein Tag? Dienstag, ne? Okay. Ihr seid ein sehr lebhaftes Publikum. Das muss ich schon sagen. Dankeschön. Das Beste, das wir in den letzten drei Monaten hatten. Das Stück heißt Crossroads, Crossroad Blues oder auch die Crossroad Polka. Michael, hast du Husten? Konora hat er. Musik 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 I went down to the crossroads Fell down on my knees So I went down to the crossroads Fell down on my knees Gave me out back the loaf of mercy Lord help her to me Baby you cannot, you cannot Tell your friend old Willie Brown Baby you can't, you can't Tell your friend old Willie Brown So I went down to the crossroads I believe that I'm sinking down Yes, we can guitar solo Untertitelung des ZDF, 2020 guitar solo If you can't run, you can't run Tell your friend the Willie Brown So I went down to the crossroads I believe that I'm sinking down I went down to the crossroads And I fell down on my knees And I fell down on my knees And I back the Lord for mercy Yes, I back the Lord for mercy Yes, I back the Lord for mercy Lord, have mercy with me And I fell down on my knees Vielen Dank Stefan, willst du mal den Chat vorlesen? Ich kann gar nicht lesen Du kannst nicht lesen, das ist der Grund, warum wir dich eingestellt haben Du konntest den Vertrag nicht lesen Ja, sehr seltsame Situation ist das für uns alle Für Sie genauso wie für uns Aber wir müssen alle damit leben Ihr mit uns Und wir leben gerne mit Ihnen Jetzt spiel mal ein Stück für Alice Schwarzer Falls dir das was sagt Das ist so eine Influencerin Eine radikale Influencerin Eine radikale Influencerin Wir sind alle auf jeden Fall praktizierende Feministen Was auch immer das ist Stefan, wechselst du die Triangel jetzt? Ah, wir können schon anfangen Du wolltest ein Schwimmbad eigentlich, ne? Deswegen die Flipflops Wir sind alle auf jeden Fall 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 I'm up to my neck in whiskey, but most of my life I've been a fool, but I know where to fall, I can't live, I came along when I needed you and I'm up to my neck in, yeah. I came along when I needed you, I'm up to my neck in, yeah. I came along when I needed you and I'm up to my neck in, yeah. I came along when I needed you and I'm up to my neck in, yeah. I'm up to my neck in you, yeah. I'm up to my neck in, 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 yeah. Genau, Pizza. Man sieht mir an, dass ich Pizzaesser bin, ich weiß schon. Ich weiß schon. But I get pussy. Even if I'm fat. Hast du die Schlappe ausgezogen jetzt? Jetzt hat es dir aber die Schlappe ausgezogen, du glaubst das? Alter Schlappe. Jetzt habe ich so wieder A. Hast du die A alle Schlappe jetzt ausgezogen? Ja, soll ich mal meinen Pillemann raustun? Pillemann? Von mir kannst du dir aber eine Scheibe abschneiden. Also da ist genug da, ne? Pillemann! Das Stück heißt It's About Doing Cocaine, das nächste Song. Ich lese nochmal den Chat vor, also ich habe irgendwie gerade keine Lust, Musik zu machen. Einen Schluck Pizza, sagt die Gabi. Zugabe, Flughafen. Endlich, schreibt einer. Genau, endlich ist der letzte Song. Ihr seid die Besten. Geiles Lied. Hallo Andreas, hallo zusammen. Hallo, ihr seid... Was hier noch, die Smilies kann ich nicht deuten. Ach ja. Der Mann geht raus. Das ist so eine Art Insider, den kann ich aber hier jetzt leider nicht erklären. Mäusen, alle lachen außer mir, genau. Alle Kinder stehen bis zum Hals in der Scheiße. Nur nicht Rainer, der ist kleiner. Ich habe total vergessen, dass wir hier ganz junges Publikum anwesend haben. Oh Gott. Ich wollte eigentlich Kontenance bewahren. Das tut mir sehr leid. Der Rainer Winkler ist nicht da, der bin ich. Wenn Sie unter den Schiff hoch gegründet sind, ist es nicht zu魅 hosts. Amen. 氏 Musik Musik She packed my bags last night Free flight Zero hour Nine I'm gonna be High on heroine Messy earth You know I miss Oh I just so much It's lonely Out in spank I'm such a timeless flight I think it's gonna be a long, long time The touchdown burns me round I got you fired I'm not the man to think I am at home Oh no No I'm a rocket man Yeah Rocket man Burning out of you Out here alone Oh yeah I was in the kind of place To raise your kids You know in fact it's cold as hell And there's no one there to raise that If you did If you did Oh yeah Oh yeah Oh yeah And all the science That I don't understand It's just my child I'm days of weak Rocket man Rocket man Oh yeah Rocket man Yeah Rocket man Yeah I think it's gonna be a long, long time I'm a dream The touch of springs We'd rather get to fine I'm not the man to think I am at home Oh no Oh no I'm a rocket man Yeah Yeah A rocket man Burning out of you Out here alone I'm not the man to think I am at home I think it's gonna be a long, long time To touch down springs We're rather get to fine I'm not the man to think I am at home Oh yeah I'm a rocket man Rocket man Burning out of you I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home I'm not the man to think I am at home Long, long time Long, long time I think it's gonna be a long, long time I think it's gonna be a long, long time A long time Die, 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 die. Ja, ja, ja. Vielen lieben Dank! Andreas Kümmert! Dankeschön! Danke schön. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ja, darauf waren wir nicht vorbereitet. Deswegen, wir müssen sehr tief in die Trickkiste greifen. Was hast du gesagt? Ihr hättet nicht verstanden. Sag doch nochmal, ich hab's nicht verstanden. DJ. Den selben Song nochmal. Family Guy. Wir spielen was von den Dorf's. Und wir bedanken uns. Mr. Sandman, who is all I am. Sandman, bring me a cock. Für die lieben Kinder zu Hause, machen Sie etwas Lustiges aus Ihrem Leben. Das Song ist bei einer Band, die sich der Pores nennt. Vielen Dank an die ganzen Leute zu Hause, an den Endgeräten. Da ist die Kamera, hallo Mama, ich bin in dem Fernsehen drinnen. Ich stelle euch kurz die Band für, the greatest band alive. Mr. Stefan Kahne on the guitar and the backing vocals. Make some noise for Stefan Kahne, Steam Cain, ladies and gentlemen. Mr. Asbjörn Gärtner on the bass guitar, ladies and gentlemen, the one and freaking only. Mr. Fonke, 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 Fonke Delic. On the drums Mr. Fonke Delic, Mr. Fonke Delic, Mr. Michael Weipert. All right, sexiest man on the drums. All right, sexiest man on the drums. Just, just come over and... Ach ja, der Montag ein Date. Also, ihr müsst euch beeilen. Habt ihr Tinder? Good. Ich hab nur, ich hab nur ein Pornhub Premium Account. Ich hab nur, ich hab nur ein Pornhub. Mr. Guy's been down so long. Ready? Well, I've been down so goddamn long That it looks like good to me Well, I've been down so very damn long That it looks like up to me Why don't you people Come on And set me free I said Warden, Warden, Warden Won't you, I'll break your lock and treat I said Warden, Warden, Warden Won't you, I'll break your lock and treat Come along, you people Come along, you people And let the pod boy free All right, yeah How? That you can do so many on here Maybe you can do so many I said, baby, baby, baby Won't you get down on your knees Oh, I said, baby, baby, baby Won't you get down on your knees Come on, little darling Come on and give your love to me On the edge, go! Well, I've been down so goddamn long That it looks like love to me Well, I've been down so goddamn long Yeah, and it looks like love to me Come along, you people Come on, come on, come on And set me free And set me free And set me free Danke schön! Schönen Abend noch! Vielen lieben Dank! Genießen Sie das Wochenende, machen Sie schöne Dinge. Thank you! Danke schön! Danke an die Leute zu Hause, an den Endgeräten. Vielen Dank! Schönen Abend noch! Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Für uns geht es darum, Kultur in ihr Wohnzimmer zu bringen. Und es wird ein vielseitiges Programm geboten. Ich bin jetzt gerade total glücklich, weil es so schön gelaufen ist und ich eigentlich wollte, dass es nie endet. Das Konzept ist natürlich super. Das ist ja gar keine Frage. So läuft es. Man muss zusammenhalten hier in der Krise. Der Plan war halt einfach, dass wir zu euch ins Wohnzimmer kommen. Es ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir wollen rocken und wir können mal wieder zusammen spielen. Es war sehr professionell, das war super. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es war wirklich so, wie wenn man es richtig gemacht hätte. Prost! P1 4 5 5 5 8 7 9 8